Heute kochen wir mit der Tefal Evo Küche von Smoby. Schnell die Karotte geteilt und ab in den Ofen. Wasser in den Topf. Mhh, die Nudeln und das Fleisch sind auch gleich fertig. Oh, schau mal, die Küche wächst mit. Pfannkuchen wenden ist so einfach und dazu eine frische Tasse Kaffee. Die Tefal Evo Küche von Smoby.